Und unter Aufruf in die rote Ecke vom Muay Thai Duisburg, Luca! Danke, Tonje! Luca Comenius! Komm, Luca! Das war die erste von drei Runden. Wie gesagt, jeweils von einer Minute Dauer. Es ist ja einfach ein Jugendkampf. Seht unser Round 2. Komm, Luca! Hey, alles! Komm, Luca! Komm, Luca! Komm, Luca! Komm, Luca! Komm, Luca! 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 Ich bin der Nase! Hu! 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 Luka, 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 Luka! Luka, 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 Luka! Luka, Luka!